Selina Gomez kann keine Kinder bekommen. Ein Einblick in ihre gesundheitlichen Herausforderungen. Selina Gomez, die erfolgreiche Sängerin und Schauspielerin, hat kürzlich über ihre persönlichen Kämpfe im Zusammenhang mit ihrer Gesundheit und dem Kinderwunsch gesprochen. In einem aufrüttelnden Interview offenbart sie, dass sie aufgrund ihrer chronischen Erkrankung Lupus nicht in der Lage ist, eigene Kinder zu bekommen. Diese Offenbarung hat nicht nur ihre Fans berührt, sondern auch das Bewusstsein für die Herausforderungen, die mit seltenen Krankheiten einhergehen, geschärft. In ihren Aussagen beschrieb Gomez die emotionalen und physischen Belastungen, denen sie in den letzten Jahren ausgesetzt war. Sie erklärte, dass die Diagnose Lupus, einer Autoimmunerkrankung, eine Reihe von gesundheitlichen Problemen mit sich brachte, die ihr Leben stark beeinträchtigten. Dies führte unter anderem zu ernsthaften Komplikationen in Bezug auf ihre Fruchtbarkeit. Laut Gomez hat sie während ihrer Behandlung und ihres Gesundheitsmanagements oft darüber nachgedacht, wie es sein würde, Mutter zu sein. Sie teilte mit, dass die Gedanken über das Leben eines zukünftigen Kindes sie nicht loslassen konnten. In einem emotionalen Moment gestand sie, dass sie sich oft fragt, wie ihr Leben als Mutter aussehen würde, was jedoch durch ihre gesundheitlichen Herausforderungen erschwert wird. Um noch mehr über ihre Situation aufzuklären, wies die Künstlerin auf die Notwendigkeit hin, ein offenes Gespräch über unbequeme Themen wie Unfruchtbarkeit und chronische Krankheiten zu führen. Sie betonte, dass es wichtig sei, den Leuten zu zeigen, dass nicht alles perfekt ist und dass viele Menschen mit gesundheitlichen Herausforderungen kämpfen, die ihnen im Alltag oft verborgen bleiben. In einem weiteren Teil des Gesprächs äußerte Gomez den Wunsch, mehr über das Leben mit ihrer Krankheit zu berichten, damit andere sich weniger isoliert fühlen und wissen, dass sie nicht allein sind. Sie ist der Meinung, dass die Diskrepanz zwischen dem öffentlichen Bild von Prominenten und deren realem Leben oft zu Missverständnissen führt. Trotz ihrer Herausforderungen bleibt Gomez optimistisch und engagiert sich für die Aufklärung über Lupus und andere chronische Erkrankungen. Sie sprach darüber, wie wichtig es sei, sich gegenseitig zu unterstützen und Empathie für Menschen mit solchen gesundheitlichen Problemen zu zeigen. Ihre Botschaft war klar, jeder hat seine Kämpfe und es ist entscheidend, diese anzuerkennen und zu respektieren. Die Ehrfurcht und Bewunderung für Gomez wurde durch ihren Mut, offen über ihre Kämpfe zu sprechen, nur noch verstärkt. Sie hat sich zu einer Stimme für viele Menschen entwickelt, die mit ähnlichen Gesundheitsproblemen zu kämpfen haben. Ihr Engagement für die Aufklärung über Lupus und ihre Bereitschaft, über ihre persönlichen Erfahrungen zu sprechen, haben nicht nur ihrer Fanbasis, sondern auch einem breiteren Publikum Mut gemacht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Selina Gomez offenes und verletzliches Bekenntnis zu ihrer Unfruchtbarkeit und ihren gesundheitlichen Herausforderungen nicht nur ihr persönliches Leben widerspiegelt, sondern auch eine wichtige Diskussion über chronische Krankheiten anstößt. Der Mut, diese Themen anzusprechen, könnte vielen helfen, ihr eigenes Schicksal besser zu verstehen und zu akzeptieren. Autor Anita Farke, Dienstag, 10. September 24.